Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast 2. Ja, wir kommen immer wieder in die Schule und jetzt sind wir wieder zurück. Draußen regnet es immer noch rot. Geil. Und eigentlich wollte ich bloß eine Stunde, ein bisschen Pause machen zwischen den Aufnahmen, aber irgendwie ist es jetzt keine Ahnung, sechs Stunden geworden? Okay, das sind Sekunden. Na gut, wo waren wir? Irgendwo sind immer noch diese Wichser. Fuck, wo sind denn die? Ich gucke mich verarschen. Wo sind die, Mann? Äh, fuck. Äh, der leckt mich. Die sind hier irgendwo, aber wo? Äh, interagieren? Achso, das kann ich auch machen. Ligt das überhaupt? Eigentlich net. Ihr kleine Arschkrampen, Alter Da oben geht's durch Scheiß Psychopathen Keine Ahnung warum, aber ich renne jetzt einfach Wahrscheinlich renne ich jetzt irgendwie direkt ins Messer oder so BTF, wo bin ich jetzt? War das überhaupt Sinn der Sache? Keine Ahnung Ja, wahrscheinlich bin ich gleich wieder in der Schule oder so Äh 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 Okay, wir müssen da drübe Oh, scheiße man Wir haben ja noch keine Spur von den anderen Spackos da Von dem dicken oder von meiner alten Äh Äh Geh doch Was? Oh fuck Lauf, 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 lauf Ich weiß, der Wichser wird jetzt gleich vorne auftauchen Toll, wenn ich damit räche, taucht er nicht auf Äh Fuck Fuck Be careful little eyes what you see Be careful little eyes what you see Be careful little eyes what you see There's a father up above And he's looking down and up So be careful little eyes what you see So be careful little eyes what you do Oh be careful little eyes what you do Oh be careful little eyes what you do There's a father up above And he's looking down and up So be careful little eyes what you do So be careful little eyes what you do So be careful little eyes what you do So be careful little mouth what you say Nein, geh weg So be careful little mouth what you say Be careful little mouth what you say So be careful little mouth what you say There's a father up above And he's looking down and up So be careful little mouth what you say So be careful little mouth what you say Oh, was für ein Arschloch! Ah, fuck you! Oh, shit! Schlossen? Ja, wusste ich schon. Komisch, draußen sind gar nicht die... ...die Deko-Leichen. Kann ich das schieben, ne? Ah, fuck! Musikklasse, wirklich! Äh... Aus dem Scheißweg bin ich gekommen? Fuck you, ey! Fuck you, Spiel! Ach, wirklich! Ja, kennt man schon. Die will nur abhängen. Die will nur abhängen. Ich hab dich nicht, Blake. Nur abhängen. Oh, shit! Äh... Nein, ich geh in die andere Richtung, Arschloch! Oh, fuck! Du bist so... ...nervousest. Du musst nicht so sein. Wenn du etwas getan hast, ...bist du dir gesagt? Oh, fuck you! Kann ich denn einfach zum Fenster raus? Please? Was? Fuck! Das ist der Raum, wo das Arschloch war Na, da kann ich rum Na, was mit dir? Hä? Als ob wir nicht schon lange wussten, dass irgendwas mit diesem Fahrrad einfach nicht stimmt Und warum zur Hölle regnet jetzt hier im Blut? Was klopft hier? Oh, komm, die Tür haut mich jetzt entweder Danüber oder dann runter Oder doch nicht Das kam jetzt unter, warte Oh, schieben Äh, fuck Man sollte nie einfach im Dunkeln losrennen Äh Äh Die sind hinter mir Oh, verdammte Scheiße Oh, verdammte Scheiße Ich will so gut tun So ein Scheißdreck Wie mein Handy eigentlich noch da hin Na, fuck Mit einem Schlag? Really? Ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll Oh, okay Ich will hier doch weiter können Hoch, 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 hoch Du Arschloch, schick dich Hoch, 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 hoch Kletter, 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 kletter Komm schon Die Spackos sind hinter dir Ha, ha Das werde ich bereuen, dass ich das gemacht habe Oh, verdammte Scheiße Ihr wollt mich doch verarschen Sprich drüber Fuck, 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 fuck Ich bin mir scheißegal, ob ich schon einen Kilometer hinter mir soll Hä? Achso, der hat sie verarscht Haha Schnell den fucking Aufzug, Junge Haha Warum geht's nur runter? Ich dachte, ich wollte nach oben Wollte ich nach oben? Ich weiß es nicht Ach nee, unter Tage 40 Fuß Oh, scheiße Oh scheiße 80 Fuß Meine Treto war halt auch komplett kratt Du, ich bin ja jetzt Ja, war nicht die beste Idee von ihm Oh Hätte ich da rausgesollt? Ich glaube nicht Also ich sterbe jetzt, dann doch Okay, wir sind jetzt am tiefsten Arsch der Erde angekommen Jetzt noch weiter abwärts Au Da geht's halt wirklich raus Ah, und der Springer, brech dir die Beine Sehr schön Ach ja, der kleine Sturz hat's jetzt zerstört, aber das ist gerade vor Eben Sankti Sepulchry Pulchry? Pulchry? Ach, was weiß ich Das größte Problem jetzt, wir sind ja sowieso schon die ganze Zeit bloß im Dunkeln unterwegs Jetzt sind wir auch noch in einer fucking Mine, Alter Und was soll jetzt der Scheiße wieder? Toll, die Wichse sind auch hier Er kam von links, gehen wir rechts Halt, nein, umgekehrt, er kam von rechts und ging links Oh, shit Lynn Uh, okay, da geht's Wir sind durch Hopp'n unter mit dir Oh, nein, ich bin gleich wieder an der Schule, stimmt Drei Zwei Eins Oh, okay, doch, ne Schön dekoriert Äh Geil Oh, das waren bloß diese Punkte, wo meine Zielanzeige ist Hä? Egal, weiter geht's Ist doch nicht so, als ob mir das schon alles Ah, jetzt Ja, komm, hier sind schon so viele in so Ecken und Dinger gekrochen Da können wir doch da auch rein Wo ist das, ne Batterie? Ah, da oben hängt er Batterie Geht's dir gut? Er hat's nicht geschafft Ach, leck mich, alter Oh, ist das Würde ich das überhaupt aufsperren? Ich glaube, ich würde es gar nicht aussperren Tu mir nichts, tu mir nichts Danke Oh, da ist einer von den Ehrenfreunden Okay, hier sind auf jeden Fall Gegner Ah, fuck, das wird so'n Ding mit Wasser gefüllt Egal Der müsste sich erst durch die Tür boxen Okay, 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 okay Oh, Gott, ich will da gar nicht aufmachen Äh, fuck, das ist er doch Ah ! Das war's für heute. Jetzt tritt er mir wahrscheinlich in den Arsch. Okay, wir gehen einfach mal geradeaus weiter. Ah, verdammte Scheiße. Na toll, wir müssen ja in die Richtung. Uh. Super, wenigstens ein bisschen Licht. Ah, Scheiße. Ja, geil. Schaut aus wie eine Futterstelle oder so. Äh, okay, das ist offen. Ich bin hierbei so gut wie tot. Das hört sich an mir, wenn es hinter mir wäre. Deswegen laufen wir einfach weiter. Äh. WTF? Boah. Lauf, Arschloch. Ah, fuck. Die sind in den Wänden. Fuck you, ey. Fuck you, Alter. Wie, die sind schneller wie ich? Nein, 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 nein Ich habe keine Ahnung, was abgeht, ey. Ich gehe jetzt schon wieder hin. Alter, ich blicke halt hier gar nichts gerade. Nein da! Alter, ich muss die in den fucking Gang irgendwie abschütteln. Alter, ich muss die in den fuckingen Gang. Ich muss die in den fuckingen Gang. Ich muss die in den ganzen 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 Gang. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Was ist das? Was ist das? Ich kann einfach losstürmen. Kleines Arschloch, verpiss dich doch endlich. Lauf, 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 lauf. Oh, wie er mich halt mitgekriegt hat. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist das der richtige Weg? Ich glaube schon, ne? Das war ein langer Gang. Ja, ich will hier jetzt stehen bleiben und es aufnehmen. Keine Ahnung, immer weiter, immer weiter. Das war, glaube ich, nur die geilste Idee, ne? Okay, aber hier beende ich jetzt die Folge, weil das ist auch schon ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Puh, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.